Also ja Leute, werdet nicht inaktiv, es würde mich freuen und wie gesagt, die Aktivität von euch zu sehen auch, um auf den Community-Server z.B. zu kommen. Willkommen Leute zu einer neuen Folge Skywars auf dem Gameplay-Unnetz-Server und mit dabei auch heute den Darkgamer 1207. Wir spielen auf der Map, wie heisst die, Cave? Stonehenge, glaube ich. Ah, das kann gut sein, ja. Auf jeden Fall, ich habe schon mal recht guten Stuff für den Anfang. Ja, kann man sich richtig überklagen, wir wollen nicht hier auf Jazzblade. Wie sieht es jetzt bei dir aus? Also Ender-Perle, Eisenbrust-Panzerschutz 2, wir Helden. Ja, geht schon. Ah, das habe ich zu dir wieder nicht. Aber ok. Gibt es ja eine dritte Kiste eigentlich noch hier und wo? Äh, irgendwie. Ja, ich auch. Aber, ne. 2 geht nicht. LOL, da ist einfach schon einer. LOL. Alter, knapp. Das ist so sauknapp, dass ich mit Ender-Perle einfach zu mir tippe. Holy shit. GG. Alter, ich hätte ja fast gestorben. Und nirgendsai, Leute. Also. Es gibt heute natürlich auch ein Thema darüber. Äh, worüber ich reden möchte. Es ist heute. Ich heisst nicht, ob das Video heute kommt. Aber auf jeden Fall ist heute Donnerstag. Und grundsätzlich gibt es am Donnerstag keine Videos. Auf jeden Fall, ähm, ich habe heute Wochenende. Weil ich persönlich, oder ja. Weil ich morgen einfach frei habe. Das ist, äh, die Sache. Und das ist, äh, natürlich sehr so geil. Das heisst, ich werde wohl darüber morgen Nachmittag streamen. Und, ja. Ab 13 Uhr circa. Bis etwa 18 Uhr. Ich weiss nicht genau. Vielleicht wenn auch schon früh auf. Oder Beginn früher. Ich weiss es nicht. Ähm, auf jeden Fall. Ich habe jetzt sehr, sehr viel zu tun gehabt. Diese Woche auch noch. Und, ja. Was ist, oder. Was genau gemacht habe diese Woche. Und was alles so Neues gibt. Auch Infos zu den Sommerferien. Und zum geplanten 16h-Stunden-Stream. Wird es alles, ähm, morgen im Stream geben wahrscheinlich. Oder vielleicht auch in einem separaten Video. Denn sehr, sehr viele wissen es ja. Für die 10.000 Follower, die wir auf Twitch erreicht haben. Habe ich, ähm, ja. So einen fetten 36h-Stream geplant. Also maximal 36h. 24h hat einfach das Minimum sein. Und ich mache dann einfach noch so lange weiter, wie ich Bock habe. So wird es ungefähr ablaufen. Und, ja. Mehr gibt es eigentlich auch gar nicht mehr dazu zu sagen. Schaut einfach im Livestream vorbei. Wenn ihr auch ein bisschen Infos nach dort zu haben wollt. So. Dia Schwert und Fuldia. Ja. Voll hier bin ich. Vielleicht könnte das ja zuerst so werden. Ich gewinne. Dann sehen wir uns jetzt aus. Ich habe noch keine Gewohnen, glaube ich. Nö. Gewohnen spielen null. Na gut. Aber auf jeden Fall Sky Wars wird da doch auch, äh, gefeiert so ein bisschen. Oh! Da ist einer. Oh shit. Aber er legt. Ich glaube er legt oder sieht mich nicht. Oh shit! Ich schlage die ganze Zeit mit dem falschen Werkzeug hier. Okay, jetzt raus. Alter! Ich habe die ganze Zeit mit dem Eisenspielsack geschlagen. Welcher war schon reingedrückt? Die... Die... Die pinnen sich alles zu mir egal, habe ich so das Gefühl. Oder hat er einen Weg gebaut? Ne. Es stehen hier keine Wege. Nirgends. Was ist da hinten? Da ist er da. Gamer. Ah! Ja und worüber ich auch reden. Ich gehe jetzt mal nicht auf dich. Aber gut, wir können auch teamen theoretisch, ne? Ja, ist ja nicht verboten. Team, ja. Okay, wir teamen. Also, was ich auch noch sagen wollte. Ich drücke mal ein Tab und ihr seht, ähm, ich habe den, äh, Tag Disfa hinter meinem Namen. Das ist äh, mein Clan oder unser Clan. Der Disafamily Clan, den ich einfach mal erstellt habe. Damit sicher niemand anders, ähm, den Clan erstellt halt und dann den Namen in dem sie missbraucht. Auf jeden Fall, ja, der Clan ist erstellt und wer möchte, kann da gerne beitreten. Also, ich, ähm, ich sage es einfach mal so. Es müssen dann natürlich auch aktive Leute sein, wenn ich den Clan erstelle am Ende. Ähm, und die Leute, sondern auch Preum haben vielleicht noch ganz, äh, zusätzlichen Vorteil. Aber ich finde es dann extrem geil, dass man Clans einfach auch in Partys einladen kann. Ähm, ja. Ist auf jeden Fall ne geile Sache, weil das wird, äh, auf jeden Fall, wenn ihr einem... Ich bin tot. Ja, da war einer. Bis unten gesprungen. Auf den Händln. Ne, auf den Händln. Wo wir gerade waren. Auf unserer? Ja, da wo wir gerade waren. Ich hätte dann noch eineinhalb Herzen. Da halten euch, ja. Ich hoffe nur, dass ich mich jetzt nicht, ja. Scheisse, Mann. Es ist nicht hoch. Ja und wie. Auf jeden Fall, wenn man zum Beispiel jetzt das erste erbaut ist. Bei 3-Wars kommen ja manchmal auch Coins raus. Genau. 50 Coins oder so. Shit. Nein! So ein Huch und so, Mann. Der hat mich runtergeschlagen. Aber hatte der... Ah gut, wahrscheinlich hatte er Heiltränke, ne? Ja, ne. Ich hatte noch einen Gold-Apfel. Den hat er wahrscheinlich genommen. Ja. Also, na gut. Oh, die Gier auf jeden Fall. Alter, da ist gerade ein richtiges Gekloppe jetzt. Ja. Ah gut, ich hätte eh gestorben wahrscheinlich. Wenn so viele wie jetzt da sind. Lol. Okay. Alles klar heute. Ich würde sagen, ähm. Ja, warte. Ja und die Gierge runter auf jeden Fall. Mir hat es auf jeden Fall Spass gemacht. Ich hoffe euch auch. Und ja, was ich auch ganz kurz äh, anschneiden wollte. Die Bewertungen haben sich mehr als halbiert unter den letzten Videos. Was mich irgendwie... Nicht unbedingt stört, aber was mich irgendwie ein bisschen freig macht. Wo man auf einmal... Statt die 50 Likes damals noch vor so ein paar... Bis vor ein paar Wochen jetzt auf einmal nur noch so 20, 25 das. Das ist ein bisschen komisch auf jeden Fall. Ähm. Also ja Leute. Werdet nicht inaktiv. Es würde mich freuen. Und wie gesagt, die Aktivität von euch zählen auch. Um auf den Communities ja zum Beispiel zu kommen. Dazu wird es wahrscheinlich auch bald ein Video wieder geben. Und ja. Es wird ab heute täglich Videos wieder geben. Über die Sommerferien. Also ja. Jeden Tag ein Upload. Mindestens. Vielleicht sogar zwei Uploads, wenn noch Klick-Kurios zusätzlich kommt. Und ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüssi. 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 Tschau. Tschüssi. Vielen Dank.